Hallo Kinder! Wenn grad mal keiner da ist, nimm die Stifte in die Hand und bemal die Wand. Gemüse essen macht dumm, schmeiß es lieber rum. Und auch wenn Mutti es dir wieder mal verwehrt, fass an den Herd. Bist du bei einer Zugfahrt mit dabei? Mach allen im Abteil eine Freude mit Geschrei und sitz du auf ner neuen Couch und bring alle zum Lachen. Dafür musst du sitzen bleiben und in die Hose machen. Und sei mit Verboten nicht so kleinlich. Natürlich darfst du rauchen, aber heimlich. Lange Autofahrten, die sind nervig, das ist klar. Schneller geht's, wenn du ständig fragst, was sind wir endlich da? Und geht dir mal was kaputt? Kannst du's auf wen anderes schieben? Und frag dich mal, ob deine Eltern dich auch wirklich lieben? Messerkabel, Schere, Licht, ist für kleine Kinder nicht. Tabletten, Wodka, Kabelbänder, das ist Spielzeug nur für Kinder. Was kann es Schlimmeres geben, als solch ein kindisches Lied zu komponieren? Na ja, Menschen, die sich darüber auch noch amüsieren. Bis zum nächsten Mal.